Und? Wie hat Ihnen die Premiere gefallen? Und Ihnen? Ja, fast schon. Das bedeutet nichts Gutes. Und wie war es bei Ihnen beim Film mitzuspielen und wie hat Ihnen die Premiere gefallen? Es ist sehr gut geworden, es ist sehr gut. Ich bin immer noch überzeugt und fasziniert, dass ich deine Mama spielen kann. Dann hat man sich das mal voll abgekauft, dass Sie die Mama von dir hat. Vor allem bin der... Warte mal, wessen Idee das war? Alex, seine... Meine war's! Ich bin Schauspieler. Ich bin Schauspieler.